Summertime Sadness Fuck the Summertime, Summertime Sadness Fuck the Summertime, Summertime Sadness Aua! Oh man! Kannst du mal einfach auf den Außenblumen? Ready? Aua! 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 Willst du schon Abwarte machen? Weiß ich nicht. Alle ruhig jetzt. Kurz ein Stylesbild. Ja, ja. Das stärkste Mannschaft von den Jungen. Pssst! Ey, leck mal dir auf bei der Spieler. Du hast die Geschwindigkeit. Ich weiß nicht. Lande! Du gehst von meinem Gebrüften. Was ist denn noch spielen? Wer hat denn noch spielen? Wer hat denn noch spielen? Weg raus! Oh, Björn! Oh, Björn! Ey, mach das genau nachkommen! Yo, yo, wiki, wiki, wiki! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Ja! Aua! Komm! 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 Ja! Kann das nicht so sein? Ja, da passt mal! Damals! Das läuft mal! Wir werden! Fick, weg, weg! Komm mal, Paul! Zieh! Wir werden jetzt schnell spielen! Komm mal, Fadl! Komm mal, Fadl! Die brauchen zwei Stunden. Was gesagt? Ja. Ja, die besteht! So, jetzt kommt! Komm weiter! Und Abschluss! Andreas, brauchst du nicht mehr? Du bist gut, Alter! Das muss alles so schlecht sein! Ich dachte, Abfahrt ist die beste Verteidigung! Guck mal, auf Lande gucken! Guck mal, wie er foult! Ein Ding, und er liegt! Ein Ding! Ey, letztes Mal! Du brauchst einen Kinderflatschen! Nicht drauf! Komm! 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 Diese Kinder! Oh, die Brüsen! Ja! Aber die zweite Brüsen ist schlecht! Aber da war auch guter! Aber da war auch hier! 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 Abfahrt! Ja! 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 Abfahrt! Konnte ich nicht sehen! Ihr müsst mal einen kleinen Schritt zurück! Ich hätte gedacht, wir wollen ihn auch spielen! Ja? Ja! Das kostet mal auch zu, das Spiel, ne? Ja! Du musst auch kommen! Von Arsch! Ich würde bei Gehtagern gucken, ob er spielt hier auch nicht! Hier gibt ja ne! Wenn man gewinnt, kann man nicht mehr abschnappen! Ja! 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 Jawoll! Ja! Jawoll! Rauf! Das ist nur eine Halle, wenn die Halle geklappt ist. Weißt du was? Hast du es noch gesehen? Ja, 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 hast du es noch gesehen? Drei Minuten angefangen oder? Ja! Wir haben ein Mittwochspiel gegen Helix halt, ne? Ja, ja, ja. Das ist geil. Hey, halten wir uns! Alle halten! Riefe! Leih und Lass! Die 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 Leih und Lass! Zwei Schatten stehen. Geht's fertig ist? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr, David! Komm, ich bin jetzt! 1-1! 2-1! Denen kommt nicht, aber da hätte ich schon... ... und dann woher muss ich mich... 2-1! 1-1! 2-1! 1-1! 1-2! 1-2! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's für heute. Was ist denn das? Was ist denn das? Hallo!